Heuer weiter, wir bauen jetzt einen Brunnen rein und dann kommt noch ein zweites Baumhaus, machen wir alles mit den Werkstätten. Die haben doch diese Last, ja? Und wenn Sie das nicht finanziert kriegen? Doch, das kriegen wir finanziert, ja. Ja, wir haben Förderungen und das gehört alles zu uns. Das ist unser ganzes Haus bis dahin. Das ist ein Riesen-Elf. Riesen-Elf. Und wir haben natürlich auch das Wohnungsamt jetzt auch Männer mit dabei. Aber Sternstunden und Staat und Land helfen auch alle. Ja, sicher. Na, mir nicht, aber der Stiftung. Und Sie haben gesagt, Sie haben Ihre Mitgliederzahlen nie erhöht, ne? Nein, wir sind sieben. Weil das wäre völliger Wahnsinn, wenn wir das machen. Wir müssen selber entscheiden, was wir machen. Und es ist der ganze Vorstand. Grüß Gott, liebe Freunde, Bekannte, Unbekannte, YouTube-Zuschauer und Sonstige. Mein Wanderstammtisch ist wieder unterwegs. Heute zum dritten Mal, zum ersten Mal bei einer Frau. Ich freue mich sehr, dass ich bei Jutta Speidel sein darf, die ich lange gesehen habe. Wir reden über Ihre Doppelrolle in Ihrem Leben. Die Künstlerin, die beliebte Schauspielerin und die erfolgreiche Wohltäterin. Wir sind hier in einem Haus, das Sie mit Ihrer Stiftung gebaut haben. Darauf kommen wir gleich zurück. Aber erst muss ich natürlich fragen, im Namen der vielen, die Sie bewundert haben. Was macht die Kunst? Haben Sie keine Rollen? Haben Sie nichts zu tun? Wie kommen Sie durch Corona? Ich komme nach dem ersten Schock letztes Jahr eigentlich ziemlich gut über die Runden. Weil ich hatte das große Glück, dass ich sowohl noch ein Theaterstück gespielt habe. Und zwar wirklich im letzten Moment noch ein kleines Solo, Lippenrot. Und dann habe ich einen wunderbaren Film gedreht. Einen wirklich sechs Wochen lang in Berlin. Eine absolute Hauptrolle. Und der wird jetzt irgendwann mal laufen. Der heißt Carla, Rosalie und das Loch in der Wand. Ich habe immer gesagt, ich spiele das Loch in der Wand. Aber nein, ich bin die Rosalie. Das gibt es ja beim Sommernachtsaum. Lass mich das Loch auch noch spielen. Ja, genau. Das war zwar der Esel, aber das Loch wäre auch eine lustige Sache. Und dann habe ich jetzt gerade in Obersdorf noch gedreht, bevor die WM losging. Und habe einen Weihnachtsfilm gedreht. Also mir geht es gut. Gut, schön. Dieser Film, den Sie gedreht haben, läuft der im Fernsehen oder im Kino? Der läuft im Fernsehen. Wissen Sie wo? Beides in der ARD. Ja, da freuen wir uns noch drauf. Die Zuschauer freuen sich, wenn Sie Jutta Speidel wiedersehen. Manche beobachten Sie ja seit 40, 50 Jahren. Mit 15 haben Sie angefangen, die Lügel von der Bank. Sie sind ja eine professionelle, sage ich mal, Vordränglerin. Ja, da habe ich gelesen, dass Sie als Statistin gesagt haben, wie komme ich besser ins Bild. Und Sie können sich noch erinnern. Ja, ich kann mich sehr gut an diese Geschichte erinnern, weil ich war ja verliebt in Hansi Kraus. Und das war auch mit einer der Gründe, warum ich bei diesen Lümmelfilmen mitgemacht habe. Weil ich ihm einfach irgendwie näher kommen wollte. Und dann habe ich gesehen, wo diese ganzen Statisten, also ich gehörte ja auch dazu, wie die hingesetzt werden in dieser Klasse. Und dann wurde ich immer irgendwie hinten reingesetzt und dann bin ich, wenn der weggeschaut hat, bin ich wieder aufgestanden und habe mich wieder in die Reihe angestellt, wo die Statisten waren, die man noch hinsetzen musste. Und so war ich am Schluss übrig geblieben und plötzlich saß ich hinter Hansi Kraus. Da gehört schon mal Energie dazu, sich als Statist gegen die Anweisungen des Statistenführers durchzusetzen. Ja, ich bin in so einem verdammt liberalen Haushalt groß geworden, wo man auch wirklich immer gerade stehen musste für seine eigenen Untaten. Und meine Eltern haben mich so erzogen. Du, wenn du vorwärts kommen musst, dann musst du schon schauen, dass du das alleine irgendwie packst. Und wenn das mal in die Hosen geht, musst du auch selber dafür gerade stehen. Ja, aber sie sind wunderbar vorwärts gekommen. Ich weiß gar nicht, was ich alles aufzählen soll. 40, 50, Fernsehfilme, Kino, Theater. Die meisten Leute kennen sich in einer gewissen Verkleidung. Als Nonne auch, ja. Als Nonne, 65 Mal haben Sie in Um Himmels Willen die Nonne Lotte gespielt. Wie haben Sie sich da gefühlt? Also erstens mal war das für mich geschrieben, was natürlich großartig war. Ich bin ganz am Anfang dabei gewesen, um das mitzugestalten. Und dass es eine Frauengeschichte werden sollte und dazu noch eine Frauennonengeschichte, ist schon auch ein bisschen mit auf meinem Mist gewachsen gewesen. Und das Tolle war, dass ich eben so eine super Produzentin hatte, die diese Ideen mit aufgegriffen hat. Und der Autor, damals war das der Herr Bayer noch, der kam immer extra von den Key Wests angereist. Und wir haben dann Brainstorming gemacht, um diese Geschichten auch mitzuentwickeln. Also ich war schon maßgeblich am Anfang mit beteiligt. Ich kann mich gut erinnern an die Produktionen mit Rainer Erler. Ich war ein junger Chefredakteur und da habe ich damals eine große Geschichte veröffentlicht über Fleisch, hieß das. Das war eine große Produktion, das war eigentlich Ihr Durchbruch. War mit ein... Ja, ja. Also auf alle Fälle, was diesen Sektor angeht. Ich habe natürlich mit Reis in einer zu viel vorher schon Erfolg gehabt. Ja, und im Forsthaus Falkenau und in vielen Seriensprächen immer wieder. Und Sie haben Preise eingesammelt. Wo sind die Preise alle? Also beruflich habe ich einige schöne Theaterpreise gekriegt und ich habe auch ein Bambi gekriegt und ich habe einen bayerischen Fernsehpreis bekommen. Aber hauptsächlich habe ich Preise bekommen für mein soziales Projekt. Und die stehen schon alle gewürdigt in meinem Arbeitszimmer. Sehr schön. Und Sie haben auch den bayerischen Verdienstort. Den habe ich nie. Ja, ich werde wieder nicht auf die Idee gekommen. Wir sind nämlich Ordensbrüder, Schwestern, weil wir beide den bayerischen Verdienstort haben. Und ich bin so eitel, dass ich mich auch erinnere, dass wir beide zusammen in Italien einen Preis bekommen haben. Oh ja, den Cierceo. Und da haben wir uns in Rom, ich habe es nachgeguckt, es war zwei Teile, ein Riesentrum von einem Preis, der größte von allen. Da haben wir uns in Rom auf einer Treppe getroffen und abends haben wir zusammen den Preis im Kapitol bekommen. Ja, das war super. Und von daher weiß ich noch, dass sie eine partielle Schwäche für italienische Männer hatten. Die sind schon mal, da fühlte mich schlecht, weil sie gesagt haben, die italienischen Männer sind freundlicher zu Frauen. Ja, da war ich noch wahnsinnig verliebt. Nein, nein, die Italiener haben natürlich schon den richtigen Schmäh drauf. Ja, und das haben Sie gut verstanden. Haben Sie, können Sie italienisch? Ich spreche leider Gottes, weil jetzt spreche ich schon wieder sechs Jahre kein Italienisch mehr, außer wenn ich mal zufälligerweise dort bin. Ich spreche leider ein rudimentäres Italienisch, was mich nach wie vor ärgert. Aber Sie verstehen die Komplimente, die man Ihnen macht? Ich verstehe ganz gut Italienisch. Also man soll sich bei mir vorsichtig ausdrücken, weil ich verstehe auch die schlimmen Sachen auf Italienisch. Ich komme nochmal zurück auf das Solostück. Das war ja in der Komödie im Bayerischen Hof. Lippenrot hieß das? Lippenrot war das zweite. Das erste große Solo, wie hieß, Verlieb, Verlob, Verschwunden. Das können Sie doch wieder machen. Das Lippenrot, also das erste nicht mehr, das ist wirklich vorbei. Aber Lippenrot hoffe ich, weil das ist easy. Das ist mit dem Stefan Nölle zusammen, das ist mein Musiker. Und das ist ein wunderschöner Abend über eine Stunde. Eine Stunde auf der Bühne allein, was machen Sie da alles? Ganz viel reden, aber ich rutsche auch in andere Figuren rein. Und ja, ich tanze auch Tango. Alleine oder mit dem Partner? Ich hole mir den Frack aus meinem Schrank raus und tanze mit dem Frack Tango. Also ich hoffe, dass ich es nochmal spiele. Ja, also der Professor Peckney von der Komödie im Bayerischen Hof, der wird sich freuen, wenn Sie nochmal auftreten. Das ist auch eine relativ einfache Sache. Muss ja kein Ensemble zusammentreiben. Nein, er hat es und er kann es Late Night. Wir haben es ja Late Night gemacht. Also wir fingen erst um 21 Uhr an. Da wäre praktisch vorher ein ganzes Stück drin und das haben wir auch gemacht. Also ich hoffe, es klappt, aber es hängt halt immer davon ab, ob wir überhaupt nochmal auf diese Bühne können. Da müssen wir fest dran glauben. Das ist doch ganz wichtig, dass wir wieder ins Theater gehen können. Ich gehe an den Restaurants vorbei. Das ist doch ganz schrecklich. Also einer der tollsten Orden, den Sie bekommen haben, da war ich dabei im Münchner Rathaus. Ich begrüße die Ehrenbürgerin der Landeshauptstadt München. Ja, ich bin Ehrenbürgerin. Und das ist auch fantastisch. Das ist ja jemand, das ist nicht für Ihre Schauspielkunst. In dieser schönen Stadt wohnen ja viele gute Schauspielerinnen und Schauspieler. Aber Sie haben den Preis bekommen, weil Sie sich seit 24 Jahren für Kinder einsetzen. Kinder und Mütter, Obdachlose. Und wir sind hier in diesem einen Haus. Das andere Haus, muss ich mal schnell erzählen, haben wir schon mal früher darüber gesprochen, das nennen wir nicht. Das sagen wir die Adresse nicht. Das ist ein Schutzhaus, wie Sie sagen. Da sind so beschützende Frauen drin. Und wenn die rabiaten Männer, die vielleicht immer wieder mal einen Wutanfall bekommen, die Adresse wüssten, würden sie vielleicht die Frauen da belästigen. Naja, also es ist, ein Schutzhaus ist wirklich, wir sind kein Frauenhaus, wir sind ein Mutter-Kind-Haus. Und dieses Schutzhaus ist natürlich wirklich für diese Frauen, die in ihrer Not, weil es zu Hause einfach effektiv nicht mehr geht, und die irgendwo versuchen rauszukommen aus dieser Situation, aber wohin? Es sind ja sehr, sehr viele und es geht durch alle Schichten durch. Also das ist ja das Erstaunliche oder auch das Schlimme, dass es vor keiner Schicht Halt macht. Auch nicht vor der Professorengattin, die mit ihren Kindern plötzlich mit ein paar Tüten in der Hand vor der Türe steht. Wie finden die Leute ihre Adresse? Woher wissen die, dass Jutta Speit und sie beschützt? Über die Polizei, über Frauenhäuser, über ein Netzwerk aus Bahnhofsmission, Jugendamt, über die ganzen Ämter und natürlich auch über das Wohnungsamt. Also eine Frau, die dringend mit ihren Kindern eine andere Wohnung braucht, geht zum Wohnungsamt. Aber wir können immer nur sagen, wir haben jetzt was frei. Das sagen wir dann dem Wohnungsamt. Etwas frei, was wie viele Wohnungen sind? Im ersten Haus haben wir 24 Wohnungen und wir werden jetzt wieder ein Schutzhaus bauen. Das ist allerdings frühestens in drei Jahren fertig. Da habe ich was gelesen, was ich nicht verstanden habe. Ja. Kompro-B-Wohnungen oder so was? Das ist hier. Das ist hier. Was sind das? Das ist eigentlich ein System, was die Stadt aufgestellt hat. Das sind Wohnungen, die für Familien gedacht sind, die sich so einen normalen Mietpreis gar nicht leisten können, die also eine Sozialhilfe bekommen. Und die bekommen ein Wohngeld, also quasi die Miete vorgestreckt vom Wohnungsamt und müssen bestimmte Kriterien erfüllen. Also das heißt, bei Kompro-B, es gibt A, B und C. Und Kompro-B sind Familien, die es geschafft haben, also in der Eigenständigkeit zu leben. Und wo, sagen wir mal, ein Job in Aussicht ist oder wo die Mutter auch arbeitet und wo ein normales, geregeltes Leben möglich ist. Die aber finanziell sehr schlecht gestellt sind nach wie vor. Und wir wurden eben gefragt, wenn wir dieses Haus, also wir hätten dieses Grundstück überhaupt niemals bekommen, wenn wir nicht in dieses System Kompro-B eingestiegen wären und gesagt hätten, okay, wir bauen jetzt 48 Wohnungen, die sind unterschiedlich groß. Also bis die größten sind 139 Quadratmeter groß. Ja, aber das ist doch sensationell. Der Ausgangspunkt sind die Kinder. Immer. Immer. Und deswegen haben wir auch so eine Riesen... Dann kann er woanders hingehen. Wenn nur eine Frau alleine ist, ist sie auch bei uns nicht am richtigen Ort. Da muss sie in ein Frauenhaus. Wir haben immer die Kombination Mutter mit Kindern oder Kinder mit einer Mutter. Kinder mit Müttern, so sehe ich es auch. Das ist eine sensationelle Sache, die sie seit 24 Jahren durchhalten. Da muss man mal die Kraft haben und die Energie. Das ist ja auch eine riesige finanzielle Verantwortung. Das ist richtig. Ich habe gelesen, korrigieren Sie mich, wenn ich mir die Zahlen falsch gemerkt habe, 120.000 Euro Fixkosten im Monat, über 2 Millionen im Jahr. Das ist doch eine wahnsinnige Last auf Ihren zarten Schultern. Wie halten Sie das denn aus? Also ich halte das sehr gut aus, weil ich ein hoffnungsloser Optimist bin. Aber man darf nicht vergessen, ich habe ein tolles Team um mich herum. Ja, aber die Leute, die... Das ist toll, das konnte ich auch hier beobachten. 40 Leute, aber die müssen ja bezahlt werden. Das ist richtig. Das Team sind Fixkosten. Ja, aber meine Geschäftsstelle vor allen Dingen... Also ich rede jetzt nicht von den Sozialpädagogen, die in den Häusern arbeiten. Das ist eine ganz, ganz großartige Truppe. Aber meine Geschäftsstelle ist wirklich... Wir sind ein kleines Team, wobei 9 Personen ist auch nicht mehr so klein. Aber wir sind ein kleines Team mit tollen Vorständen, sowohl im Verein wie in der Stiftung, die ganz eng zusammenarbeiten und immer nur nach vorwärts gucken und natürlich auch diese ganzen Gespräche führen, also diese Vernetzungen machen. Dann unsere Christine Lindemann zum Beispiel, das ist die Leitung der Geschäftsstelle, arbeitet mit unserer Geschäftsführerin, mit Elisabeth Braun ganz, ganz eng zusammen, um wirklich diese Chance zu haben, dieses Geld jedes Jahr einzutreiben. Und wir schaffen es, aber natürlich schaffen wir es auch nur aufgrund dessen, weil wir nicht große Firmen, aber gute mittelständische Unternehmen an unserer Seite haben, aber vor allen Dingen ganz tolle, großzügige Bürger. Sie brauchen aber immer viel Geld, wenn man über 2 Millionen Festkosten im Jahr hat. Das ist eine Last und deswegen bitte ich Sie hemmungslos, um Spenden zu werben. Ich habe mir gemerkt aus einem Interview, was ich gelesen habe, ich will keine Kleider, ich will nur Geld, weil Leute würden Ihnen alte Klamotten schicken und dann haben Sie nur Belästigung. Aber wo kriegen Sie das Geld her und an wen appellieren Sie, damit weitergespendet wird? Das Schöne ist, wir haben ja auch eine Stiftung, also vererben und das noch mit warmen Händen ist mir das Allerliebste, weil dann haben wir einen Bezug zu unseren Spendern. Also Sie appellieren an die zu Sterbenden, die Morituris. Ich appelliere an, nein, nicht Sterbende, sondern ich appelliere an, warme Hände heißt ja lebend, ich appelliere einfach an Menschen, die wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld haben und dass sie sich unser Projekt angucken und dass sie vielleicht eben sagen, ja, das ist genau das, wo ich mir vorstellen kann, dass mein Geld gut untergebracht ist und ich sage ja immer, ich wünsche mir wieder einen Millionär für unser drittes Haus, der mir den Grundstock vererbt oder schenkt, damit ich dieses dritte Haus gut bauen kann. Das ist die Variante von dieser anderen Blondine, wie angele ich mir einen Millionär, ja. Aber die sagt ja auch Diamonds are my girl's best friend. Die Diamonds brauche ich jetzt nicht selber unbedingt. Obwohl Diamanten sind besser als Kleider, also Diamanten könnte man umsetzen. Sagen wir mal so, wir haben auch nichts gegen Krügerrand, auch den nehmen wir. Aber das dritte Haus planen Sie jetzt, ja, eine Riesenverantwortung. Und 1997 haben Sie ganz alleine angefangen. Wie kamen Sie auf die Idee, überhaupt Kindern helfen zu wollen? Ach, ich war schon eine ganze Weile eigentlich damit beschäftigt, etwas Eigenes zu finden, weil ich mich so geärgert habe, dass ich in großen Einrichtungen, wo ich auch Geld gesammelt habe und so nie wirklich an das Klientel kam. Also ich habe nie gesehen, was ist eigentlich passiert mit dem Geld, was ich gesammelt habe. Und da habe ich mir gedacht, ich will auch was haben, was hier vor Ort ist, was in München ist, was München betrifft. Und bin durch Zufall auf obdachlose Kinder in München gestoßen. Und dann war eigentlich für mich das ganz klar. Das ist das Ding, was ich machen will. Ich habe den Verein mit meinen Freundinnen und meiner Mutter gegründet. Wir sind sieben Leute, sieben Frauen gewesen. Dann müssen Sie uns nochmal erklären, den Unterschied von Verein und Stiftung. Das ist ein großer Unterschied. Du hast einen Verein und das ist der, der praktisch alles betreibt. Also wir haben im Verein sind alle Sozialpädagogen, all unsere Arbeit, unser Konzept, unsere sozialpädagogische Arbeit, das was Horizont ausmacht, ist der Verein. Nein, die Stiftung haben wir gegründet, weil wir von einem wunderbaren Menschen, der ein Millionär war, das Geld bekommen haben, der auf den Grundstock... Ist ja jetzt keiner mehr, nach dem er ihn gespendet hat. Wie bitte? Ist da jetzt keiner mehr, nach dem er ihn gespendet hat. Im Moment ist keiner, im Moment suchen wir. Jetzt ist ja keiner mehr, das weiß ich nicht. Ich glaube, der ist immer noch einer. Aber der hat uns dann noch 300.000 Euro mehr gegeben, damit wir eine Stiftung gründen. Weil er sagte, ihr braucht etwas, was eure Sicherheit ist. Also ich bin erst sehr erschrocken, weil ich mir dachte, eine Stiftung, da muss ich nochmal ein Apparat aufmachen. Aber es läuft sehr gut Hand in Hand. In die Stiftung kommen die großen Beträge rein. Also wir werden das dritte Haus mit der Stiftung natürlich bauen. Und die Stiftung ist nur für Horizont. Es ist eine Zustiftung zu dem Verein. Wird das dritte Haus ein Schutzhaus? Ja. Weil wir einfach wieder, auch aufgrund dieser Situation im letzten Jahr und auch in diesem Jahr, wo sehr, sehr viele Frauen und Kinder auf der Straße stehen und wirklich dringend, ein Schutz brauchen, wo sie unterkriechen können und wo sie eine Zeit lang leben können. Wir werden wieder ein Haus für Mütter und Kinder bauen. Und was wir dazu machen würden, wir würden sehr, sehr gerne, da müssen wir halt einfach gucken, da sind wir auch dabei, ein Gesundheits- und Therapiezentrum dazu bauen. Das wird ja immer größer. Ja, auch hier ist es schon größer geworden. Aber das Schutzhaus ist die eine Sache, der Wohnraum ist die eine Sache. Aber was wahnsinnig wichtig ist, ist einfach, dass diese Menschen auf die Füße kommen. Und wir stellen eben fest, dass diese Traumata, die sie durch ihre Situation haben, nicht wirklich bearbeitet, richtig bearbeitet. Also es ist wahnsinnig schwierig, einen Therapieplatz zu bekommen. Wir wollen das jetzt in unserem Haus selber machen. Wie lange bleiben diese Kinder mit Müttern im Schutzhaus im Schnitt? Wir sagen immer, 18 Monate ist das Minimum. 18 Monate brauchst du, anderthalb Jahre, um auf die Füße zu kommen. Aber wenn es ein bisschen länger geht, ist es ganz oft sehr gut. Erklären Sie mal, wo wir hier sind. Hier ist eine kleine Bühne, da können Sie die Solo hochkommen. Das ist unsere Kulturbühne, Spagat. Da machen wir tolle Sachen, wenn wir dürfen. Wir haben jetzt zum Beispiel zwei Stücke. Das eine ist Marta, das Leben mit Marta, da geht es um Demenz. Und das zweite ist Kizzeleien, kleine Kizzeleien. Klingt lustig, ist überhaupt nicht lustig. Da geht es um Kindesmissbrauch. Und es wird gespielt und getanzt von einer Schauspielerin und Tänzerin. Und wir haben die deutsche Erstaufführung. Das ist eine Sache, die Brigitte Macron in Frankreich mit der Autorin dieses Stückes, die selbst eine missbrauchte Tochter ist und das geschrieben hat, auf die Beine gestellt hat. Und ich hoffe, dass ich Frau Giffey dazu bekomme, dass sie als Schutzpatronin über dieses Stück kommt. Die Familienministerin. Das wünsche ich mir sehr, ja. Haben Sie schon Schritte eingeleitet? Ich bin dran, einen Brief zu schreiben, aber ich denke, ich muss sie einfach erst mal anrufen. Ja. Aber vielleicht sieht sie ja diese Sendung. Bitte? Vielleicht sieht sie ja durch Zufall diese Sendung. Ja, vielleicht können wir was dafür tun. Das wäre toll. Also auf dieser Bühne wird gespielt und da sitzen wie viele Zuschauer dran? Wenn wir das richtig bestücken dürfen, können 70 Zuschauer sitzen. Und wir haben da hinten unsere kleine Regiepult und Lichtpult. Und es ist eine sehr variabel Bühne. Wir können sie rauf und runter fahren auf verschiedenen Ebenen. Also es ist was ganz Feines und wir haben toll gesponsertes Licht bekommen von Ari. Also ich darf hier jetzt auch mal Werbung machen. Ari ist die Abkürzung von Arnold und Richter. So ist es. Ein vielfacher Oscar-Preisträger. Die Leute wissen nicht, dass es in Deutschland und hier in München, in Schwabing, einen acht- bis zehnfachen Oscar-Preisträger gibt für technische Erneuerung. Ja, absolut. Arnold und Richter ist einer der besten Kameraproduzenten der Welt. Absolut. Das sage ich gerne, vor allem wenn die ihm geholfen haben. Ja. Und wir haben natürlich Werkstätten auch noch. Also wir machen unsere Bühnenbilder auch zum großen Teil selber. Das ist jetzt hier einfach. Aber das sieht man ja. Auch das hier ist von uns. Ja, das ist doch sehr schön. Sie haben mir vorhin mal ein Stichwort zu gerufen. Das will ich nochmal in Erinnerung gerufen, weil die Geschichte klang gut mit den African... Oh ja. African, wie hieß es? African Girls, African Lights, African Lights. Wir haben hier eine kleine Truppe von sich selbst choreografierenden und sich selbst regierenden jungen Mädchen. Und eine davon ist die Dana und die Dana hat jetzt inzwischen auch einen kleinen Bekanntheitsgrad, weil sie durfte bei Um Himmels Willen mitspielen und ist aber eine Schülerin. Wie alt ist sie? Dana ist jetzt 15. Mhm. Hoffentlich. Ich bin nicht schon 16, aber ich glaube sie ist 15. Und Dana kenne ich nun einige Jahre und Dana irgendwie, wir haben immer so ein ganz entzückendes Verhältnis, weil sie war auch in meinen Lebenslinien drin und da hat sie erklärt, wenn man Semiknödel macht. Weil ich sage, Dana, was isst du denn am allerliebsten? Semiknödel? Und dann sagt sie, jetzt muss ich das Gericht ane machen, jetzt muss ich das niederschreiben. Die spricht auch noch bayerisch. Also es ist wunderbar. Und Dana kommt aus Somalia, glaube ich, und ich sehe sie vor kurzem auf der Straße und dann sage ich, Mensch, in Corona-Zeiten, wie ist das mit der Schule und so, geht's ganz gut? Dann sagt sie, ja. Dann sage ich, wirklich? Geht's? Ja. Schaffst du die nächste? Ja, sicher. Ja, schaffst du jetzt deinen Abschluss? Ja, ich mache jetzt die mittlere Reife und dann muss ich schauen, dann mache ich mein Abitur. Dann sage ich, aha, und was machst du nach dem Abitur? Ja, nach dem Abitur studiere ich dann. Dann sage ich, aha, und was studierst du denn? Na ja, muss ich mal schauen, jetzt muss ich Politologie oder Volkswirtschaft und vielleicht auch BWL muss ich jetzt mal... Dann sage ich, Donnerwetter, wo ist dir richtig was vor? Dann sagt sie, ja, freilich. Dann sage ich, was willst du mal werden? Ja, die erste schwarze Bundeskanzlerin. Ja, das wird doch fantastisch. Man muss aber, glaube ich, 40 Jahre alt werden, um Bundeskanzler zu sein. Dann hat es ja noch ein bisschen Zeit. Ja, es gibt ja auch unter dem Rang des Kanzlers oder der Kanzlerin ganz viele politische Positionen, die sie besetzen. Aber ich finde es großartig, wenn sie so eine Idee überhaupt hat, wenn sie das wirklich durchzieht, dass sie einfach anfängt, in frühen, jungen Jahren schon mal in die Politik einzusteigen, egal in welche Partei, um es zu lernen. Learning by doing. Und jetzt gibt es ja auch, ich habe gestern gesehen, es gibt jetzt auch eine, jetzt habe ich es leider Gottes vergessen, wie diese Partei, die sich gerade versucht zu gründen. Ich glaube, die SPD ist der Ausgangsposition. Und das sind alles Menschen mit migrantischem Hintergrund, die jetzt versuchen, einfach auch diese Regierung, die wollen den Bundestag und die wollen den Bundestag erneuern. Und zwar jung, von jung, mit den Bedürfnissen von jungen Leuten. Und das finde ich ganz toll. Nein, das ist doch großartig, was sich hier entwickelt. Und die aus dem Schutzhaus, haben die Kontakt zu denen, die hier wohnen? Ja, zum großen Teil. Hier im Theater oder wie geht das? Ja, also wir versuchen ja normalerweise immer Feste zu machen. Wir haben ein Afrika-Fest gemacht oder wir haben ein Bauhaus-Fest gemacht. Wo machen die Feste? Die machen wir dann hier. Hier. Und weil sie auch öffentlich sind. Da kann man dann kommen. Das Leben ist auch ein Restaurant. Ja. Wenn diese Corona-Epidemie vorbei ist, kann man da essen gehen. Ja. Die bekochen jeden Tag 56 Kinder von der Bildung und von der Kita. Und von den Werkstätten am Nachmittag eigentlich normalerweise auch. Und es ist eigentlich ein wunderbares Restaurant. Wir haben einen ganz tollen Pächter jetzt drauf. Das ist Don Osvaldo, wie ich immer sage. Selito. Und ich hoffe doch sehr... Hoffenweil Italiener. Es ist ein Italiener, aber einer, der auch perfekt Deutsch spricht und der international auch kocht. Also ich kriege nicht nur einfach die Pizza, sondern hier kriegst du richtig gutes Essen. Das ist sehr schön. Da komme ich mal her. Unbedingt. Und wir können eben auch hier in dieser Verbindung mit Kulturbühne und Restaurant und in Werkstätten so viel machen. Die Werkstätten muss ich euch noch zeigen. Unbedingt. Die gucken wir uns noch an. Ja. Ich kenne sie ja seit Jahren, beobachte sie persönlich und auf der Bühne und im Fernsehen. Und ich bin begeistert von diesem Horizont e.V. Wir werden natürlich das Spendenkonto einblenden, damit Ihnen viele Millionäre... Die gewaltige Last von der Schulter nehmen. Aber ich habe was gelesen, was ich nicht verstehen kann, was mich auch egoistisch interessiert. Sie haben gesagt, für die Stimmung nehme ich Frauenmantel. Was ist das denn? Wann habe ich das denn gesagt? Nicht? Ist wahr? Da weiß ich nicht. Also Frauenmantel ist... Frauenmantel und Schafgarbe haben sie genannt. Das sind... Ah, das war glaube ich in diesem einen Sender. Ja, 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 ja. Da haben wir so einen Strauß gepflückt auf einer Wiese. Ja. Da ging es um Kräuter. Und Frauenmantel ist eine tolle Sache, eigentlich wenn man schwanger ist. Wenn man milchbildend... Also das betrifft mich jetzt weniger. Mich jetzt eigentlich auch nicht mehr. Aber sie haben zwei tolle Töchter. Aber ich habe die... Doch, meine eine Töchter... Das bringt mich auf ihre tollen Töchter, ja. Über die haben wir schon mal in einer anderen Sendung gesprochen. Die eine ist auch künstlerisch tätig, ne? Ja, und die hat einen Laden in Berlin und die wird jetzt gerade Mama. Die muss Frauenmantel trinken. Der schmeckt nicht gut. Trinkt man das? Gibt es das als Getränk, oder? Ja, kannst du natürlich beim Wurzelzepp in München kriegen und so. Also das ist... Frauenmantel kann man auch in Apotheken kaufen. Hab ich nicht. Schmeckt scheußlich. Ja, voll daibel. Ja. Heißt ja auch nicht mehr Herrenmantel. Ja, im Namen der Genderei wird es vielleicht mal umbenannt. Aber die Töchter nochmal, mit der einen treten sie auch auf. Wir haben eigentlich zwei schöne Abende. Der eine ist Felicitissima Notte. Das ist ein italienischer... Die Reise von Goethe nach Italien. Und sie singt Bel Canto. Und der andere ist unser Billie Holiday Abend. Und beides können wir leider nicht machen. Aber wenn wir es wieder machen, dann gibt es das hier. Wer singt Billie Holiday? Meine Tochter. Sie nicht. Ne. Ich lese die Geschichte von Billie Holiday. Das ist auch eine spannende Geschichte. Sehr. Und vor allen Dingen auch eine, die genau hier in dieses Haus reinpasst. Ja, ich bin wahnsinnig gespannt auf Ihren Solo-Abend in der Komödie, die ich ja immer gerne unterstütze. Ich habe da selber mal ein paar Mal gespielt. Ich weiß. Das finde ich toll. Wir haben es schon gespielt vor 80. Also wir durften schon gar nicht mehr die ganzen Leute... Ich glaube die Premiere hatte noch irgendwie 120 oder so. Das war Ausnahme. Schrecklich ist das. Und dann durften wir nur noch 80. Aber es ist besser vor 80 Leuten zu spielen als gar nicht. Aber ich möchte kein großes Stück spielen vor 80 Leuten. Auch wenn das jetzt blöd klingt. Aber das ist einfach eine komische Geschichte. Aber ich habe im Gärtnerplatztheater Don Juan, also eine Lesung gemacht. Und da waren ja nur 5, 6 aus dem Haus da drin gesessen. Und trotzdem, es war ja toll mit diesem Orchester. Also hat mir schon auch gut... Sie haben auch in Bad Hersfeld gespielt. War das lang her, ja. 1800 Leute. Was haben Sie da gespielt? Viele Stücke. Ich habe gespielt die Ophelia in Hamlet. Dann habe ich gespielt die Buhlschaft in Ein Jedermann. Dann habe ich die Blanca von Kastilien in König Johann gespielt. Und dann habe ich noch ein Brecht gespielt. Die Eva Puntila aus Herr Puntila und sein Knecht Matti. Dieses Riesenrepertoire in Ihnen muss doch wieder geweckt werden. Ach, das ist schon immer geweckt. Ja. Ja, aber in Ihrem Kopf ist es drin, in Ihrem Gemüt. Aber ich meine, dass Regisseure und Intendanten kommen und sagen, Jutta, spielen Sie bei mir. Haben Sie da Hoffnungen? Doch, auf alle Fälle. Ja, auf alle Fälle. Ja, das ist doch... Ich habe mir da nie groß Gedanken gemacht. Das ist immer irgendwie so gelaufen. Ich bin jetzt ja auch nicht so der große Karrierist, der also sofort ganz unruhig wird, wenn es telefonisch klingelt. Ich habe immer, Gott sei Dank, noch so viele andere Dinge zu tun. Und das ist Horizont und meine Familie. Das ist total zu tun. Und ich liebe meinen Freundeskreis. Also das ist auch... Ich lebe auch verdammt gerne. Ich bewundere Sie wegen Ihrer großartigen Stimmung und weil Sie mit Ihrem Alter so lässig umgehen. Wenn Sie in Amerika wären und würden in eine Maskenbildnerin gehen, würden Sie sagen, Darling, I know how to help you. Ja, die würden mich zuerst in eine Klinik schicken und rund erneuern lassen. Ich treffe ja viele Kollegen, ich werfe das denen nicht vor, aber die lassen sich glätten und Botox und spritzen. Darüber denken Sie nicht nach. Nein, aber das ist auch einfach mein Weg. Eines der großen Dinge, die ich an meiner Großmutter und an meiner Mutter geschätzt habe, war, dass sie bis ganz zum Schluss gepflegte, wunderschöne, gealterte Menschen waren. Und meine Mutter war noch auf dem Totenbett so schön. Und auch meine Großmutter war so schön. Und ich denke mir mal einfach, die haben... Erstens mal gab es das damals gar nicht und das wäre also auch ein No-Go gewesen, sich operieren zu lassen. Und ich denke mir mal, ein schönes, gealtetes Gesicht ist tausendmal schöner als ein gelüftetes. Es ist einfach so. Weil bei mir passt alles zusammen. Ich sage mal... Ich sage mal, Jutta Spaltel und Simon Signore sind zwei Prototypen dieser in Würde gealteten Schauspielerin, die in jeder Lebensphase... Ich habe vor ein paar Tagen auf Arte ein Porträt über Simon Signore gesehen, fantastisch. Naja, und was war das für ein Kopf, was für eine intelligente Frau, was für eine engagierte Frau. Wow. Danke, dass ich mit der auf einer Ebene genannt werde. Herzlichen Dank. Ich wollte sie hochheben, aber da gehört sie auch hin. Gut so. Also es freut mich sehr. Jetzt gucken wir uns noch ein bisschen im Haus um, soweit wir das dürfen. Ich spüre hier, ist ein positiver Geist. Den wollen wir weitergeben in unserer Sendung. Ich sitze auch in diesem Stuhl von meinem Hoppsalat, um Gottes Willen. Das ist wie im Film mit einem Steinwerferumfeld. Ja. Ja, jö, jö, habe ich jetzt die Lampe kaputt gemacht? Ja, die habe ich jetzt kaputt gemacht, sorry. Die brauchen wir jetzt nicht, jetzt sagt sie sich wieder hin und nachdem sie schon über Mutter und Großmutter gesprochen haben, erklärt sie uns jetzt den Vater. Ich sitze jetzt in einem Stuhl, den mein Vater restauriert hat, der meinem Großvater gehört hat, der irgendwie hat den Krieg überlebt und er war in fürchterlichem Zustand und er ist wieder hergerichtet worden und stand 20 Jahre beim Keller von meinen Eltern und jetzt habe ich den hier der Kulturbühne gewidmet und habe das Kissen selber genäht. Er steht Ihnen gut. Dankeschön. Ich bedanke mich herzlich, Jutta Schweidel. Alles Gute. Danke. Und wir trommeln für Sie, wenn ich irgendwo einen Millionär treffe und er weiß nicht, wohin mit dem Geld, dann sage ich, ich habe da eine Adresse. Okay, alles Gute. Danke. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020